Alidasana ist die Bogenschützenstellung, könnte auch sagen, eine der vielen Asanas, die als Bogenschützenstellung bezeichnet werden. Alida heißt Bogenschütze. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehlage. Von hier beuge das rechte Knie, sodass der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Hebe den gleichen Arm hoch und mache dabei eine Faust. Beuge dabei den anderen Arm und dabei schaue nach vorne. Felix macht jetzt gerade Parivritti Alidasana, also der drehende Bogen, was eine Variation ist. Die andere wäre den gleichen Arm nach vorne. Beide sind Möglichkeiten. Schaue dabei nach vorne und halte dein Gleichgewicht. Alidasana will wie alle Einbeinstellungen dir helfen, Gleichgewicht zu entwickeln und wie alle Bogenschützenstellungen will es dir helfen, Entschlusskraft, Zielgerichtetheit und Konzentration zu kultivieren. Vielen Dank.